Willkommen bei Boat Bike Tours. Mit uns können Sie reisen wie nie zuvor. Wir bieten Ihnen eine 8-tägige All-Inclusive-Reise per Fahrrad und Barch. Es handelt sich um eine einzigartige Kombination aus Radfahren und Bootfahren, durch welche Sie die versteckte Schönheit in Ländern ganz Europas erkunden können. Wir bieten zwischen März und Oktober mehr als 70 Fahrrad- und Barch-Reisen, aus denen Sie wählen können. Auf einer Fahrrad- und Barch-Tour überqueren Sie wunderschöne Radwege in mehr als 10 europäischen Ländern, wie den Niederlanden, Flandern, Frankreich und viele mehr. Passieren Sie historische Monumente und atemberaubende Sehenswürdigkeiten. Sie können in Ihrer eigenen Geschwindigkeit fahren oder aber in einer Gruppe mit einem erfahrenen Reiseleiter. Alles Erforderliche wird für Sie bereitgestellt, sodass Sie den Trip ohne eine einzige Sorge genießen können. Jeder Tag ist anders und bietet neue Orte, neue Menschen, neue Abenteuer. Stoppen Sie bei den Sehenswürdigkeiten, die Sie gerne erkunden möchten. Und wenn Sie sich nicht nach Radfahren fühlen, dann bleiben Sie einfach einen Tag auf dem Boot und entspannen Sie sich in Begleitung unserer Crew. Alle Mitarbeiter kümmern sich gerne um Sie und versichern, dass Sie eine großartige Erfahrung machen. Ihr Komfort ist oberste Priorität unseres Teams. Jeden Tag schlafen Sie in Ihrer Kabine, die Ihrem Weg während dem Tag auf dem Wasser folgt. Dies erlaubt es Ihnen, die Reise zu genießen, während Sie sich jede Nacht in Ihrem Bett ausruhen können. Und zu guter Letzt das Essen. Unser Küchenchef versichert, dass Sie jeden Tag eine belohnende Mahlzeit erhalten. Diese soll nicht nur Ihren Geschmack treffen, sondern Sie auch für das Radfahren stärken. Buchen Sie eine unserer Fahrrad- und Barch-Touren in Europa und entdecken Sie unser einziges Radfahr- und Segelkonzept. Boat Bike Tours. Reisen wie nie zuvor. Boat Bike Tours. Untertitelung des ZDF, 2020